Hallo und herzlich willkommen beim RGTV Channel. Heute möchte ich euch meine erste Homepage und meine einzige Homepage vorstellen. Ihr fragt euch bestimmt warum es hier alles in diesem Channel gehen wird. Es geht darum, wie einige Dinge erstellt, gemacht oder produziert werden. Im Sinne von, wie wird ein YouTube-Kanal-Design erstellt, beziehungsweise auch, wie werden Spiele runtergeladen und andere Sachen, die sich dazu ähneln. Oder auch, was alles auf der Erde passiert, passieren wird oder passiert ist. Wie zum Beispiel, was zwischen Israel und Palästinenser ist. Oder auch andere Sachen, was innerhalb Deutschlands losgeht, was auf uns zutreffen wird. Oder es wird, ähm, auch, äh, Fragen gestellt, wie zum Beispiel, wie die Erde zustande gekommen ist oder wie eine Religion zustande gekommen ist und, ähm, wer der erste Gründer der Religion war und, und, und. Ich kriege Fragen, ich beantworte Fragen, erstelle, äh, erstelle dazu halt einige Videos und veröffentliche sie. Natürlich könnt ihr auch Fragen stellen, die veröffentlicht, beantwortet werden sollten. Hier geht es aber nicht nur darum, ähm, einige Sachen zu erfahren. Hier kann man auch Spaß haben. Aber dazu komme ich noch gleich. Ja, dann gehen wir mal weiter auf den Videos, was es da auf uns zukommen wird. Hier seht ihr halt die Videos über Tutorials oder Nachrichten oder Erklärungen, die ich gerade halt genannt habe und vieles mehr. Ich habe derzeit leider nur drei. Das ist der YouTube-Kanal-Design, ähm, wie man den erstellt. Dazu habe ich zwei Teile, immer Part, Part, einmal acht, einmal vier, äh, Minuten und halt einmal den, ein extra Teil, was halt in den Videos, ähm, beschrieben wird, wieso es noch einen extra Teil gibt, der vier Minuten lang ist. Hinzu kommen noch Kommentare, die ich von euch halt gerne haben würde, zum Beispiel Empfehlungen für Verbesserungen, Pro und Contra, was euch gefällt, was euch nicht gefallen tut oder halt auch andere Sachen, die ihr posten könnt und diskutieren könnt. Ja, dazu brauche ich weder, äh, weder den Real Name noch die E-Mail oder was anderes, nur halt einen kleinen Kommentar oder halt einen Text oder was auch immer. Also, darauf würde ich mich freuen. Natürlich geht es nicht nur um solche Sachen, man will ja auch Spaß haben und halt ein bisschen Abwechslung. Dazu habe ich auch noch ein Smashing-Play, äh, auf der Homepage eingebaut, damit man halt, ihr, seine Langeweile vertreiben kann. Den kennt es eben bestimmt jeder, dem braucht man auch nicht zu erklären, weil es ganz simpel ist, was mit der Maus gespielt wird und dazu gibt es auch noch eine Einleitung. Ja, hierzu, hier so viel zu meiner Homepage. Achso, nicht zu vergessen auch ist, dass die Seite noch in Bearbeitung ist, weil es ja erst gerade veröffentlicht wurde am 4. November 2011. Ähm, nach der Vollendung des Homepages kommt ein richtiges und endgültiges Video heraus, aber bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß und Dankeschön für all die Kommentare, all die vier Abos und was auch immer noch zukommen wird. Euer RGTV Channel Team.